Ihr seid alle aus einem ganz bestimmten Grund hier. Ihr wollt eure Liebe testen. Eure Treue testen. Baby, can't you see? I'm calling. It's dangerous. I'm falling. Seine Armfeunde. Ich find den Typ geil. Ich würd ihn knallen. Einpacken, mitnehmen. Wenn ich richtig feufe, der muss ich bei dem pennen. Herzlich willkommen auf Temptation Island. Die Insel der Versuchung. Vier Paare werden hier ihre Beziehung auf die härteste Probe stellen. Zwei Wochen voneinander getrennt leben sie in diesen Luxusvillen. Ganz allein sind sie dort allerdings nicht. Pro Villa ziehen zwölf heiße Singles zu den Vergebenen. Und führen sie ultimativ in Versuchung. Am Lagerfeuer wird die schonungslose Wahrheit offenbart. Ich muss euch leider sagen, ihr braucht starke Nerven. Temptation. Ey. Ich weiß nicht, ob das gerade für mich zu entschuldigen ist, weil es schon krass ist, den ersten Abend so durchzudrehen. Oh Mann, so eine Hand war wie in der Hand. Ja, da ging es ganz schön ab. Sie ist halt eine heiße Frau. Sie ist Temptation und sie ist sehr gefährlich. Temptation. Ich bin sprachlos. Ich fiel im Moment, wo noch Hass. Hat sie da jetzt eine Grenze für dich überschritten? Ja, auf jeden Fall. Warum ist sie das gemacht? Ich wusste, da ist irgendetwas, was passiert ist. Ist jetzt Rache angesagt? Rache ist süß. Was hat sich bei dir im Bett gemacht? Ich glaube, dass Kim und Jill Sex hatten. Was hat man nicht zu machen, wenn man eine Freundin hat? Nein, sorry. Wenn man sowas macht, dann muss man Single sein. Er hat nur Scheiße gemacht. Pech. Da stellt die ganze Beziehung in Frage. Möchtest du hiermit Schluss machen? Ab dem 18. Februar bei TVNOW.